Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde GANIKUS PROGRESS TALK mit der Michael ist wieder zu Gast. Wir haben heute als Thema quasi fast legales Doping, nämlich L-Carnitin. Was kann L-Carnitin Positives bewirken? Hilft überhaupt eine orale Gabe von L-Carnitin? Oder kann man nur die Injektionsvariante nutzen, wenn man gute Ergebnisse erzielen möchte? Ich denke, das ist sehr interessant. Ich denke, es gibt viele interessante Wirkmechanismen von Carnitin, die sich zu beleuchten lohnt. Und dementsprechend, ja, erstmal danke Michael, dass du wieder dabei bist. Gerne, gerne. Für euch immer. Ja, also ich meine, wir springen immer rein. Ich glaube, Carnitin ist irgendwann wahrscheinlich zuerst auf den Markt gekommen mit irgendwelchen komischen Fitnessgetränken, wo dann ein paar hundert Milligramm Carnitin mit angereichert waren. Bevor wir uns über die Verabreichung unterhalten, vielleicht erstmal grundsätzlich, würde ich dir mal das Wort zum Start übergeben. Was macht L-Carnitin? Wie funktioniert es? Warum ist es interessant für uns? Yes, super. Vielen Dank für die Einleitung nochmal. Und wir starten direkt rein. Carnitin, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Getränke kennt jeder. Die gibt es immer noch. Die Geschmackswasser mit 500 oder 150 Milligramm Carnitin, die wirklich nichts bringen. Carnitin ist ein Stoff, der vom Körper selber gebildet wird. Aus zwei Aminosäuren, aus Lysin und L-Methionin. Das bedeutet, unser Körper produziert das selber. Es ist keine essentielle Aminosäure, aber es kann im Körper, in der Leber vor allem, auch in den Nieren, ein bisschen selber produziert werden. Hauptsächlich nehmen wir es aber durch Fleisch, Fischprodukte auf. Ja, jeder kennt es irgendwie in Verbindung mit Fettverlust. Also wenn man Körperfettmasse reduzieren will, dann sollte man doch L-Carnitin nehmen. Hat man bestimmt schon gehört. Ich kann es jetzt mal vorne wegnehmen. Es hat keinen großen Effekt auf wirklich Körperfettverlust. Aber es spielt eine wichtige Rolle in der Beta-Oxidation. Also in der Oxidation, in der Verbrennung von Fettsäuren. Denn Carnitin ist so ein Bio-Shuttle-Wirkstoff. Also ein Transporter für die Fettsäuren durch die Membran. Also ins Mitochondrium. Mitochondrium besitzt eine Membran. Da ist es schwierig, für die Fettsäuren durchzukommen. Carnitin sorgt dafür, dass es durchkommt und kann dann im Mitochondrium in die Beta-Oxidation einsteigen. Also Fettsäuren werden dann verbrannt, wie man es so schön nennt. Ich glaube, ich hacke nur mal kurz ein, weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, für dich ist es schon selbstverständlich und für meine ist diese Begrifflichkeit vielleicht immer noch schwierig, eben warum verbrennt es kein Fett in dem Sinne? Also eben nochmal für jeden jetzt kurz als Zwischeninformation. Die Unterscheidung ist, man spricht immer von Fettverbrennung. Wir reden jetzt davon und das, wovon du sprichst, ist, dass Fett verbrannt wird zur Energiebereitstellung. Genau, ungewandelt wird. Es geht hier darum, benutzt unser Körper Kohlenhydrate oder Glucose einfach gesagt oder eben Fettsäuren zur Energiebereitstellung, was erstmal nicht direkt etwas damit zu tun hat, dass Körperfett verbrannt wird. Ich kann mich auch in einem Kalorienüberschuss befinden, zunehmen, auch Körperfett zunehmen und trotzdem präferenziell mehr Fette zur Energiebereitstellung nutzen. Das ist 100% richtig. Das ist kurz zwischendurch. Genau. Also Energiegewinnung aus Fettsäuren und Körperfettreduktion sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die werden gerne von der Supplementindustrie in Verbindung gebracht, aber wirklich viel, naja gut, sie korrelieren natürlich, aber es ist jetzt nicht identisch. Auf jeden Fall, was vielleicht noch nennenswert ist und die meisten gar nicht wissen, ist, Carnitin, was wir aus der Nahrung zuführen, oral, hat eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit als das Carnitin in Supplements. Was, wenn wir jetzt aber gerade zur Bioverfügbarkeit kommen, ansprechen müssen, ist, dass die bei oralem Carnitin bei circa 5% liegt. 5 bis 18% sagt man so, sagen wir mal 10%. Das ist nicht viel. Also wirklich in der Skelettmuskulatur, wo Carnitin auch gespeichert wird, kommt da nicht viel an. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Carnitin Inject, weil ich komme ja eigentlich mehr, ich bin ein bisschen tiefer in der Powerlifting-Szene drin. Dort ist es seit Jahren fester Bestandteil von den besten Coaches, von den Top-Athleten. Also zumindestens in Deutschland kenne ich kaum jemanden, der es nicht nutzt. Ob man enhanced oder nicht enhanced ist, das, ich meine jetzt eine provokante Aussage. Wenn ich jetzt kein Trainingsanfänger bin, also ich habe schon Kreatin probiert, dann ist Carnitin Inject intramuskulär mein zweites Supplement. Abgesehen jetzt von Health, also Gesundheitssupplements, die dich nochmal ein Stückchen weiterbringen. Als ein Hands-Athlet noch mal wichtiger. Und darauf kommen wir jetzt, glaube ich, zu sprechen. Fabian, warum nimmst du denn eigentlich Carnitin Inject? Genau, also ich meine, das Thema ist ja auch bei uns beiden wirklich das erste Mal so richtig aufgekommen. Ich meine, muss ich auch sagen, du hast mich nochmal auf das Thema gebracht, mich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, was man jetzt erstmal sagen muss, eben nochmal für jeden jetzt abschließend. Also eine orale Gabe von L-Carnitin ist erstmal aufgrund der Bio-Verfügbarkeit nicht unbedingt sinnvoll. Hat teilweise, glaube ich, sogar aufgrund der Verstopfwechsel durch die Leber so minimal negative Implikationen sogar auf die Gesundheit. Müsste ich mir nochmal im Detail anschauen. Aber auf jeden Fall, wenn wir von guter Verfügbarkeit sprechen, dann reden wir hier eben von einer Injektion, was erstmal immer sehr mit Doping in Verbindung gebracht wird. Aber wir sind hier, ich sage es mal für jeden zur Information, wir sind in der Halbwelt. Ich habe jetzt die GNBF-Dopingliste jetzt nicht im Kopf. Ob da jetzt irgendwas draufsteht, zumindest ist es zuführbar in der injizierbaren Variante 100% Bio-Verfügbar. Und jetzt haben wir erstmal, also ich glaube, ich würde mal, bevor wir auf das Enhanced-Thema kommen, würde ich ja noch sagen, grundsätzlich ist es ja auch allgemein ein Thema, ich denke insbesondere für Bodybuilder, dieses ganze Thema metabolische Flexibilität. Weil der Bodybuilder ja immer eigentlich erstmal Energiebereitstellung durch Kohlenhydrate, durch Glucose erstmal priorisiert. Sich teilweise vielleicht noch wenig bewegt, wenig Cardio macht, zumindest eben Cardio in Zonen und Dauerbereichen. Und deswegen, dass eben wirklich der Energiestoffwechsel für Fettsäuren intakt bleibt. Und von daher finde ich es auch grundsätzlich ein interessantes Szenario zu sagen, im Sinne von metabolischer Flexibilität, also im Sinne von was benutzt, was kann euer Körper als Energiequelle benutzen, ist Carnitin, denke ich, auch selbst natural erstmal eine interessante Sache durchaus. Eben, weil die Energiebereitstellung besser sein kann. Und das ist auch für mich, das Diät-Szenario bei Carnitin ist eigentlich sogar fast spannender aufgrund der Energiebereitstellung eben. Weil wenn ihr in der Diät weniger Kohlenhydrate habt und in der Lage seid, sei es Nahrungsfett oder eben Körperfett, flexibler und besser als Energiebereitstellungsquelle zu nutzen, dann kann das auch durchaus eine Trainingsperformance sich noch positiv bemerkbar machen. Ob wir jetzt hier von einem Prozent oder fünf Prozent sprechen, wir reden jetzt natürlich nicht von Wunderwirkungen, aber erstmal finde ich das immer ganz interessant. Und Schritt zwei, wie du sagst, ist schon zum Enhanced-Athleten. Und ich denke, was da jetzt, dieses Mal musste ich mir auch so ein kleines bisschen, gerade noch kurz Dokumentation bereitlegen. Zum einen, es kann, sorry for the English, ich habe da jetzt nicht immer das deutsche Wort bereit, es kann die Androgenrezeptoren erhöhen, also ein Androgenrezeptor-Upregulation kann es bewirken sozusagen, was immer erstmal heißt, ich meine, da gebe ich dir jetzt gleich nochmal das Wort im Detail für, aber grundsätzlich heißt es erstmal mehr Androgenrezeptoren, heißt auch immer erstmal quasi mehr Bioverfügbarkeit von den guten oder schlechten Wirkstoffen, die ihr euch zuführt. So sieht es aus. Das bedeutet, je mehr, und das gilt für Nettys und Enhanced-Athleten, denn wenn wir mehr Rezeptoren haben, Androgenrezeptoren, kann das Testosteron besser wirken. Das bedeutet, weniger Testosteron wirkt effektiver, mehr Testosteron wirkt auch effektiver. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr Nettys seid, einfach mehr davon, also wir wissen ja bei Nettys, in der physiologischen Range spielt Testosteron gar keine große Rolle für die Muskelhypertrophie. Im physiologischen Bereich. Aber was viel entscheidender ist, ist tatsächlich die Androgenrezeptoranzahl. Und je mehr Androgenrezeptoren wir haben, desto besser können wir recovern, etc., etc. Deshalb ist es auch so interessant für Nettys-Athleten, weil ihr einfach mehr von eurem natürlichen Testosteron rausnehmen könnt, sozusagen. Was andere wichtige Performance-Faktoren oder Wirkungsweisen von Carnitin sind, die selten angesprochen werden, ist zum einen verbesserte Spermienqualität und Mobilität. Ja, also für die Fertilität super wichtig für den Mann. Wurde in Studien gezeigt, dass es die Mobilität der kleinen Schwimmer halt deutlich verbessert. Also für Leute mit Kinderwunsch, könnt ihr gerne ausprobieren. Dann Muscle Thornis, Muscle Damage kann reduziert werden. Wenn wir weniger Muscle Damage haben, haben wir natürlich ein bisschen weniger gestörte Homöostase, aber auch im positiven Sinne, dass weniger Androgenrezeptoren oder Rezeptoren generell beschädigt werden. Das bedeutet, die Recovery kann noch mal stärker verlaufen. Früher hat man ja immer gedacht, oh, man muss den Muskel richtig zerstören, richtig wegballern, kaputt machen, sozusagen, dass es sich aufbaut. Heute wissen wir, je weniger Muscle Damage wir haben, ja, also wir damagen ja die komplette Zelle, ja, im Sarkomea, aber auch die ganzen, also wie gesagt, Zytoskeletal Proteins, Rezeptoren, Transporter und so weiter. Und wenn wir davon weniger Damagen, können wir die natürlich benutzen, um weiter Muskelmasse aufzubauen oder besser zu recoveren. Daran denken die wenigsten. Deshalb wunderbar. Des Weiteren hat es einen positiven Effekt auf Laktat-Konzentration, vielleicht jetzt für uns nicht so entscheidend, aber für andere Sportarten, ob das jetzt aus dem Crossfit oder, was weiß ich, Hydrox, keine Ahnung. Deshalb, das macht es auch interessant. Und, ja, wie du es angesprochen hast, für uns am meisten interessant, diese Androgenrezeptor-Upregulation. Ja, und da muss man nochmal sagen, also im Prinzip, wenn wir jetzt eben von der Fettverbrennung auch sprechen, das nochmal vielleicht kurz, ich habe das nochmal reflektiert, um da jetzt auch nochmal Leute abzuholen. In dem Moment, wo ihr keine Glucose mehr habt, um sie zur Energiebereinstimmung zu nutzen oder deutlich weniger und euer Körper anfängt, Körperfett zur Energiebereinstimmung zu nutzen, dann ist Karinit natürlich auch ein massiver Dietsupport, natural oder enhanced. Das ist nochmal da wichtig zu sagen. Wir haben die Androgenrezeptor-Upregulation. Das habe ich mir gerade nochmal rausgelegt. Es gibt auch tatsächlich eine Studie 2020, die eben belegt, dass Muscle Damage Post-Training reduziert wurde in Form von CRP und von Kreatinkinase. Also im Prinzip hier auch, weniger Schaden davontragen. Ich meine, ich rede oft davon, dass man ein schlaues Training designen kann, dass man viel mechanische Spannung und wenig Muskelschaden erzeugt, aber ohne Muskelschaden geht es auch nicht. Also von daher auch hier wieder im Sinne von Recovery interessant. Vielleicht, da kannst du noch was zu sagen, was es für positive Effekte hat. Ich habe hier auch noch liegen, dass es die Stickstoffproduktion erhöhen kann. Ja, also Stickstoffproduktion ist natürlich wichtig, positive Stickstoffbilanzen um Muskelproteinen aufzubauen. Also es pusht auch an der Bolesignalwege. Deshalb wird es tatsächlich auch benutzt und ich bin jetzt, also dafür gibt es keine Evidenz. Aber es gibt, sage ich mal, auf der Seite des Bösen Leute, die das als Growth Hormone Potentation Drug einsetzen. Das bedeutet, die injizieren tatsächlich das Carnitin in ihr Wachstumshormon, um es potenter zu machen, weil es Insulin- und Growth Factor Kaskaden, also Insulin- und Wachstumsfaktor Kaskaden stimuliert. Und ja, das L-Carnitin denaturiert das Growth Hormon nicht. Das weiß man und deshalb geben es einige zu ihrem Wachstumshormon hinzu und injizieren das dann meistens vorm Schlafen gehen, also Carnitin und Wachstumshormon, um nochmal den letzten Funken an Effektivität rauszuholen. Wie gesagt, Studien gibt es dazu nicht. Ich empfehle es euch auch nicht, Wachstumshormon zu nehmen, aber es wird gemacht auf dem Elite-Level. Also da gibt es einige Tricks, auch in Bezug auf Headloss-Stacks, wo meistens drei Präparate kombiniert werden, die davon, also wovon man wirklich enorm in Benefit zieht. Die anderen zwei Präparate werde ich jetzt hier nicht nennen. Aber eins ist Carnitin-Inject. Und ich meine, das ist eben der Punkt, also grundsätzlich und das ist eben, ja, das Wichtige ist auf der einen Seite, ich würde immer sagen, es ist in meinen Augen auch für einen naturalen Athleten sehr interessant, aber ich verstehe auch gleichzeitig, dass eine intramuskuläre Injektion für einen Enhanced-Athleten deutlich näher liegend ist, als für einen naturalen Athleten. Wenn wir jetzt auf der naturalen Seite, wo wir hier hoffentlich mehr Zuschauer haben, als auf der Enhanced-Seite, wenn jetzt jemand sagt, die Spritze funktioniert für mich überhaupt nicht, kann man denn mit einer stark erhöhten oralen Gabe sich irgendwas erwarten oder würdest du das komplett ausschließen? Ne, kann man. Also von zwei bis fünf, sechs, sieben Gramm, je nachdem wie schwer man ist, kann man auch sein langfristig seine Carnitin-Speicher erhöhen. Ich habe selbst auch Erfahrungen damit. Ich kann euch sagen, zumindest bei mir macht es meinen Verdauungstrakt nicht so gut mit. Also du sitzt dann irgendwann echt auf der Toilette. Deshalb ich meine, wie gesagt, wir wollen hier niemanden dazu führen, sich irgendwas zu injizieren, auch wenn es nur eine andere Darreichungsform ist. Ihr könnt es auch theoretisch auch in den Arsch schmieren oder in die Wange. dann nennt man es Bukale Absorption. Das gibt es wirklich. Ja gut, du kannst ja Fingere Zegler. Man kann es sublingual nehmen, man kann es wie früher gedopet wird in der DDR oder heutzutage immer noch. Das basiert auf verschiedenen Darreichungsformen. Sublingual, Bukal, einreiben mit einem Alkohol und dann umgeht ihr zum Teil jeden Vardertest. Das ist eine andere Storytime. Wie man einen Vardertest umgeht, nein. Es gibt einige Methoden, aber ich möchte dazu niemanden irgendwie anleiten oder sowas. Aber es ist nur eine andere Darreichungsform und es ist effektiv. Deshalb macht es für mich Sinn, sich Carnitin inject, was Carnitin gelöst ist, wie gesagt, in der Injektionslösung und einen Benzylalkohol intramuskulär zu injizieren. Ist nichts Wildes. Wenn man es machen will, dann macht es richtig, dann würde ich schon so machen. Meine Meinung. Ja, und ich meine, jetzt ist das Auto auch da, ich habe es auch gerade mal nachgeschaut, weil ich jetzt auch der Meinung war, da gab es eben auch ein Faktum zu und zwar eine Studie aus 2014, die festgestellt dass eben das Gut Microbiome, ich entschuldige mich für Englisch, also im Prinzip das ist euer Verdauungstrakt, Ural gegebenes L-Caritin erstmal zu Trimethylamin verarbeiten kann und danach eben kann es in der Leber Trimethylamin Oxid erhöhen, was eben auch gesundheitlich nachteilig sein kann. Das sind jetzt keine Sachen, die euch krank werden lassen, aber ich denke, wenn man es wirklich voll nutzen möchte, dann ist die Injektion die bessere Lösung und man muss ja eben auch sagen, wir hatten ja mal vor kurzem darüber gesprochen, warum ist es überhaupt illegal? Nicht, weil der Stoff an sich illegal ist, logischerweise, weil ihr es in Getränken und Tabletten überall hin und her geschmissen bekommt, sondern eben, weil die Darreichungsform verändert wird und das dem deutschen Staat nicht gefällt. Genau, also man kann nicht sagen, Can't Inject ist illegal, weil wie gesagt, also Gannicus, der Gannicus Shop dürfte es jetzt nicht offiziell vertreiben, weil die Darreichungsform anders ist, die wird festgelegt, ihr dürftet auch keine Aminosäuren vertreiben, wo draufsteht, zur intramuskulären Injektion, es kann sich natürlich jeder das selber herstellen, wovon ich abrate, weil dazu braucht ihr gutes Equipment, labortaugliches Equipment, nicht, dass ihr euch wieder irgendwie so in der Bade, wie sagst du, wie sagst du es immer so schön? In der Badewanne gepanschten Scheiß injiziert, das ist halt das Problem. Also dementsprechend, nicht, dass jetzt jeder sagt, wir reden hier nur noch über Doping und PEDs, also Doping ist es, aber sicherlich nicht in dem klassischen... es ist kein Doping tatsächlich. Ja gut, Doping würde ja die Illegalität implizieren. Es ist nicht auf der Waderliste und die Darreichungsform ist legal, du darfst es nur als Supplement Shop nicht so anbieten, aber jeder darf es anwenden und sich selbst herstellen. Du kannst halt nur nicht kaufen, sozusagen. Offiziell. Und ich meine, das ist im Prinzip für mich ein unglaublich spannendes Thema, weil es in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal Doping sozusagen, aber ich sage es mal oder Physik-Enhancement. Nenn man es mal Physik-Enhancement-Drug, das ist ja irgendwie als PED ist es ja richtig bezeichnet und es ist wahrscheinlich mit das einzige Physik-Enhancement-Mittel, was eigentlich komplett ohne Nebenwirkungen kommt und nur mit positiven Wirkungen. Hundertprozent. Also nochmal, in der Powerlifting-Szene, wenn es um Performance geht und ich muss tatsächlich sagen, im Powerlifting ist das Training doch ein Stückchen weiter oder im Gewicht heben als tatsächlich im Fitness oder Bodybuilding. Von der Mentalität, von der Strukturierung, von Recovery, auch ohne PDs, da nimmt es fast jeder, den ich kenne. und im Bodybuilding kommt immer mehr, weil warum nicht etwas einsetzen, was euch an anderen Steroiden zum Beispiel die Dosierung erspart. Warum nicht einen legalen Stoff, der harmlos ist, injizieren, wenn ihr dafür weniger von dem anderen Zeug injizieren müsst. Macht für mich Sinn. Ja, eben. Potenziert die Wirkung, macht den Stoffwechsel letztendlich flexibler, also ich denke einfach ein interessantes Thema für alle und ich meine für die, die es vertragen, lohnt sich eben eine sehr hohe orale Gabe. Ich würde trotzdem letztendlich sagen, wenn man bereit ist, irgendwo den Weg zu gehen, dann wäre die intravyskuläre Version ungleich effizienter. Wie gesagt, kein Aufruf zum Spritzen, einfach nur eben der Erfahrungswert, was wirkt und was wirkt nicht. Und ansonsten denke ich, haben wir jetzt hier auch einen guten Bogen geschlagen, euch mal eine Information zu einem ja Physikenhancement zu geben, was ausnahmsweise mal nicht von der bösen oder dunklen Seite kommt. Von daher schließe ich erstmal das Ganze hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne euer Feedback da, wie immer zukünftige Themenwünsche. Lasst ein Like auf dem Video vor allem, denkt dran, das Format zu supporten und denkt dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo auf dem Kanal dazulassen auf jeden Fall. In dem Sinne könnt ihr Michel ab jetzt unterstützen mit Code Michel im Garnico Shop, wenn ihr es noch nicht auf dem Schirm habt und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Danke, Michel. Gerne, gerne. Ciao. Bis bald. Ciao.